Heute fahren wir mit dem Tutu zum Markt nach Sandway. Das Tutu ist ein Gefährt ähnlich den Tuktuks in anderen asiatischen Ländern. Also mehr oder weniger ein Motorrad mit angehängtem Passagierteil, das etwa 10 bis zu 14 Personen aufnimmt und auch Reissäcke und Fischkörbe und so weiter. Die bisher genutzten LKWs gibt es nicht mehr, zumindest nicht als Personentransportmittel. Die Fahrt kostet pro Person 500 Jat und nach ca. 35 Minuten holpriger Fahrt erreichen wir Sandway und den neuen Markt. Der alte Markt von Sandway ist leider abgebrannt. Die Einheimischen sind sicher, dass es Brandstiftung war, unter Auftrag der Regierung. Laut Lee von Golden Sea sind im letzten Jahr viele Märkte in Myanmar aus ungeklärten Gründen abgebrannt. Ob das mit dem ansteigenden Tourismus und der daher benötigten Zahlen neuer Hotels zusammenhängt, sei mal dahingestellt. Der neue Markt von Sandway ist etwas entfernt vom alten Markt, wo auch schon kräftig und zügig gebaut wird, wie wir nachher sehen werden. Man weiß allerdings nicht, was da gebaut wird, aber es könnte sich durchaus um eine Hotelanlage handeln. Obwohl Sandway nicht unbedingt das Touristenziel sein wird. Wir schlendern also durch den neuen Markt, der uns aber nicht so gefällt wie der alte Markt. Wir kaufen Longis und Cola, Wein und diverse Speisen für zu Hause. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Wir stellen fest, dass es auch hier auf dem neuen Markt eigentlich alles gibt, was man zum Leben so braucht. Untertitelung des ZDF, 2020 Einer recht alten Frau kaufen wir für 500 Tschad Kleepreisspeisen ab, die wir nachher einem weinenden kleinen Jungen schenken, der sich daraufhin auch sofort beruhigt. Wir verlassen den neuen Markt und machen uns auf die Suche nach dem alten Markt. Ein bisschen sind wir orientierungslos, weil uns das Tutu ganz woanders aussteigen lassen hat als im Jahr davor. Diese Pakode erkennen wir aber sofort wieder und nun wissen wir natürlich auch, wie wir zum alten Markt kommen. Und hier ist er, der alte Markt. Verdeckt von Blechwänden wird dahinter gebaut. Was hier aber genau entsteht, lässt sich nicht erkennen. Und diesen beiden Katzen wird es wohl auch ziemlich egal sein. Gegen 12 Uhr wird es dann so heiß, dass wir beschließen, wieder nach Hause zu fahren. Der Fahrer unseres neuen Tutus fährt recht schnell und es geht äußerst holprig und heftig zu. Immer wieder passieren wir liegen gebliebene Tutus und hoffen, dass es uns nicht auch trifft. Aber es geht alles gut und diesmal brauchen wir statt 45 nur 30 Minuten. Zu Hause wird dann das eingekaufte untergebracht und dann machen wir es uns auf den Liegen bzw. den Luftmatratzen im Pool bequem und genießen den Tag. Am Abend geht es dann wieder zu Leh, wo wir erneut auf Birgit und Wilfe treffen und gemeinsam zu Abend essen. Ich würde gerade nicht den Bauern. Hast du jetzt so ein Film? Ja, frei dich. Für Doris gibt es wieder ihr Lieblingsessen, King Browns. Wie immer bei Leh serviert er zum bestellten Essen noch zusätzlich so viel, dass kaum mehr Platz auf dem Tisch ist. Du hast es nicht gefühlt? Ja. Du sagst da. Fühl, oder? Ja, ja. Lees jüngster Sohn freut sich über den mitgebrachten Luftballon. Von Wilfried hat Lees jüngster einen Flubi erhalten, der ihm ebenso viel Spaß bereitet. Ja, langes Training. Ja, aber das ist leider kein richtiger Kork. Nach dem feudalen Abendessen finden wir uns noch auf unserer Terrasse zu einem Glas Wein ein, das Birgit und Wilfried spendiert haben. Nach einer lustigen und lockeren Unterhaltung geht aber auch dieser Tag zu Ende. . front . ,